um so damit er ja um obwohl ich fertig bin wir gerade sehen das liegt daran damit wir die Idee kommen ist das es ist scheiße ist um ja wenn ich um die ganze Zeit um was aufstehen macht als dass ich mir nicht dass er verletzt noch um ja bei mir ist das nicht immer als wenn es solche langweiligen Passagen nicht sind wollte wo ich halt einfach um pflegen Zeugs aber oder irgend so was oder halt er das hat ein Schuhe als wenn ich so etwas auseinanderbaut zum Beispiel wer es nicht sehen wird dann um er schreibt man in die Kommentare und wenn ich damit das jetzt ab Nihil Nesla MZ wenn ich der Welt das ist ab jetzt aufnehmen weil ich einfach mal vermutet dass er sehen wird so weil das sind immer die vermeintlich langweiligen Teile die man sehen wird also geht mir teilweise so bei YouTubern da denken da sagen die immer so ja das ist ja langweilig das will ich da in der Szene und dann denke ich mir so ja doch ich so ne und dann oh Gott ich bin so einfach verwirrt ne obwohl nicht verwirrt ich bin doch ich bin verwirrt ne ich bin nicht verwirrt ach das alles komisch so da haben wir ein Zeug wieder dabei das hatte ich gerade nicht dabei damit ich hier schön in Ruhe machen kann und bauen wir einfach das zurechtliche Zeug ab ich habe auch noch Platz in dem Container also ich denke da passt das ganze Schiff rein und wenn nicht dann ist das natürlich nicht so prämier das merke ich dann schon da ist was daneben gefallen glaube ich so war die nächste Runde gucken wie voll der Container schon ist so nach dem hier da fliegt was rum das gesagt hier ist ganz leer ne okay so die Teile durfte ich auch in ein paar ähm ja in ein paar hin und her Fliegereien haben danach werde ich wahrscheinlich mal ja rumfliegen und mir ein paar Schiffe holen hier zum Beispiel das ist ein Schiff wir werden holen und dann reinschauen und gucken was da für wertbare Teile ist und das dann wahrscheinlich komplett auseinanderbauen ja ich denke also ich werde mal versuchen was heißt versuchen ich denke ich werde so machen damit ich das meiste äh an Ressourcen von anderen Schiffen hole aber ich kann natürlich auch hin und wieder mal meinen gehen das könnt ihr mir einfach in die Kommentare schreiben wie ihr das haben wollt naja was mich ja nicht wundert ist ähm dass die drei Likes nicht erreicht worden sind kann ich mal kurz drüber reden also das soll ich dann vertagen und ich bin mir sicher ich bekomme da keine Likes mehr drauf also ich habe einen Like von mir und noch einen Like und mehr tut es eigentlich nicht ich hatte eigentlich erwartet damit ich noch einen Like äh damit die drei Likes zusammenkommen hatte ich eigentlich erwartet muss ich sagen ich hätte auch erwartet dass sie zusammenkommen ohne dass ich das Like und hat mich ein bisschen gewundert ich schätze mal ähm es sind für die meisten Abonnenten inaktiv ähm das versuche ich ja wie gesagt auch jetzt durch erstens die vielen ähm Videos also ich versuche ja wie gesagt drei Videos am Tag hochzuladen aus ganz verschiedenen Spielerichtungen jetzt einmal hier ja Weltraum dann Simulation und ähm ähm äh Samp was auch immer das für das Spielgenre ist und ähm ja dazu versuche ich jetzt meinen Kanal wieder so frisch zu bekommen ähm ich möchte das auf gar keinen Fall so machen wie manche YouTuber jetzt zum Beispiel ähm DJN hat das so gemacht der dessen meisten Zuschauers sind ähm Samp Leute und ja jetzt wo er Samp abgesetzt hat also ja macht er jetzt wieder Samp weiter ne weil es eben so ist ähm hat er plötzlich ein Bruchteil nur noch der Fuse gehabt und naja das wollte ich nicht dass es bei mir so kommt deswegen versuche ich ähm ja möglichst abwechslungsreichen Content für eine möglichst äh breite Zielgruppe ähm zu machen und dann denke ich sollte der Kanal einigermaßen mal ins Rollen kommen ich meine ich muss ja echt sagen für die Zeit die ich jetzt schon dabei bin ähm das sind ja auch ich bin seit wann dabei weiß nicht 2012, 2011 ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wann entweder August 2012 oder August 2011 ähm und ich meine ganz ehrlich ich glaube es gibt sonst keinen der nach so langer Zeit so wenig Abonnenten hat also ich muss allerdings sagen ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen ja das sind nur die Leute schuld wenn die hier noch scheiße schauen und meine Videos nicht ne äh ich muss sagen ich bin selbst schon weil ich hab eigentlich die meiste Zeit nichts gemacht muss man sagen also ähm ich hab jetzt gehen wir von 2012 auch das wären äh so um die 700 Tage und ich hab ähm wie heißt's und ich hab 178 Videos genau na mehr als 178 glaube ich knapp mehr aber so um den Dreh so 170, 180 rum und naja das sieht man mal äh ja wie viele Tage ich eigentlich ausgelassen hab mhm also ist das komplett selbstverschuldet oh oh hui ich dachte er steckt ein Schiff ein so ähm ja wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt ähm dann ja wie gesagt einfach die Videos angucken äh und naja like und kommentieren ähm ich werde auch auf jeden Fall jetzt mal bald gucken ähm wie sehr es was bringt den Kanal ich sag mal gut organisiert zu haben weil ich werde jetzt ähm mich mal drum kümmern also wie gesagt das hatte ich schon mal angesprochen in S&P glaube ich ähm Thumbnails zu machen ich werde ich hab meine Kanalbeschreibung gemacht ich werde einen Kanaltrailer machen und naja ich denke so wird dann langsam der Kanal ins Laufen kommen hoffentlich mal ich mein man muss ja immer sagen ähm es braucht eben immer ähm Motivation um das auch zu machen ähm weil naja die meisten Gründe warum ich eigentlich immer aufgehört hab außer wenn S&P dann weiß ich es bis jetzt nicht ach doch das hat mir keinen Spaß mehr gemacht aber naja irgendwie wundern mich das weil das ist sowas ziemlich geil ähm ja sonst war es eigentlich immer wegen Demotivation einfach weil ich keine Fuse und nichts bekommen hab und naja S&P ist jetzt glaube ich auch schon das Projekt das ich am längsten von einem gemacht hab äh das liegt einfach drauf ich hab ähm wo ich Probleme hatte auf dem Server ich hab Kommentare bekommen wie ich das lösen könnte ich hab Leute auf dem Server getroffen die sich gefreut haben dass sie mich gesehen haben und das sowas motiviert halt ne und durch sowas kommen auch mehr Videos und aktiver und ne ihr wisst was ich mein deswegen ist das natürlich immer praktisch wenn man dass er unterstützt ich muss sagen ja klar also hier YouTube-Kanal äh man kann ja sagen ja ähm wenn sich der Macher eben nicht ranhält dann fuchsiert ist alles nicht aber man muss sagen wenn der Ersteller der Betreiber ähm überhaupt keine Motivation findet dann äh liegt das oft auch an den Zuschauern ne natürlich muss er das unterscheiden liegt es an den Zuschauern weil ähm keiner das schaut weil es einfach schlechter Content ist oder ähm ja ähm also wie gesagt das dann Self-O-Betreiber oder naja hat man eben nur Leute die ähm die Videos schlecht finden obwohl sie eigentlich qualitativ hochwertig sind was heißt hochwertig gut ähm übrigens qualitativ hochwertig ich hab ähm er zu er merkt was meine Mikroqualität nicht so gut ist ähm ich werde mir jetzt allerdings demnächst ein Mikrofon kaufen also ich habe es jetzt immerhin jetzt aufgenommen wenn wir ein Mikrofon kaufen ähm mit dem soll ich die Qualität auf jeden Fall auch ziemlich besser werden ähm weil jetzt also ich weiß nicht das ist halt von von meiner Seite ähm als Vertreiber über dieses ja der Zitter irgendwie schon die Zuschauer schuld wenn da nichts angeguckt wird und wenn ähm wenn keine Kommentare geschrieben werden und so ähm aber aber man muss das halt verschieden sehen ne außer sich dazu